Erst mal wieder pflegen, dass man die Wärme spült, dann noch mal und noch mal nur auflegen, dass man die Wärme noch kürzt. Und ein letztes Mal, und jetzt versuchen wir mal ein bisschen auf den Rücken zu klopfen, nicht zu fest, vielleicht, dass man die Wärme spült. Vielen Dank!